was geht ab youtube der aktive wieder back am start mit dem neuen gta 5 rp glitch und ich melde mich aus der türkei noch aus der hauptstadt und ja ich fliege am dienstag wieder nach deutschland und am mittwoch wird es wahrscheinlich ein neues video geben und ja heute habe ich einen neuen rp glitch von snake, dankeschön an dich, link ist in der beschreibung was ihr dafür tun müsst ist ganz einfach auf online gehen, auf rennen gehen, also von rockstar natürlich und dann auf kriminell und schnell den rp glitch kennt ihr bestimmt noch von damals und ja rockstar war zu dumm um den zu patchen und der funktioniert immer noch dann stellt die anzahl der runden auf 5, also snake hat es auf 5 gestellt, weltrekord muss natürlich an sein und dann startet ihr das spiel, wählt euren wagen aus wie ihr das wollt, ganz egal und wenn ihr da im spiel seid, müsst ihr darauf achten, dass rechts unten in der ecke kein weltrekord steht weil wenn da ein weltrekord steht, müsst ihr nochmal neu starten oder da wurde gepatcht wenn da kein weltrekord steht, dann könnt ihr eine runde nach der anderen fahren und ja, die erste runde müsste natürlich am längsten sein und dann immer schneller und immer schneller werden das solltet ihr ja noch wissen und ja ansonsten, was kann ich noch dazu sagen, das ist ein richtig einfacher rp glitch man levelt übelt schnell, das wisst ihr bestimmt noch von selbst, genau das wisst ihr auch selbst noch von dem rp glitch, den gab es ja schon mal und ja, ich muss mal luft holen, weil ich muss das hier ganz schnell aufnehmen ja, ab dienstag werde ich wieder in deutschland sein, ich weiß nicht, ob ich dienstag schon ein neues video bringe oder am mittwoch, weil am mittwoch habe ich eine klausur und dafür muss ich noch ein bisschen lernen führerschein und alles auch noch und ja, auf jeden Fall wird es ein neues video geben das verspreche ich euch, ob es am dienstag oder am mittwoch ist, weiß ich nicht aber vielleicht wird es auch ein real life video sein das kann auch sein, seid gespannt, ich weiß es noch nicht ich hoffe einfach mal, ich habe ja schon fast die 3000 abos wieder geknackt danke an euch Leute, an jeden einzelnen abonnenten von euch es ist einfach so krass, wie schnell meine abozahlen steigen in letzter zeit und ich freue mich einfach so derbe und ich weiß noch nicht, was ich als 3000 abos special mache das 2000 abos special habe ich ja ein bisschen verpennt oder das 2500 abos special aber beim 3000 abos special lasse ich mir was einfallen und hier ist das Rennen auch schon vorbei und das Video auch also sage ich, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch auf jeden Fall mal einen Daumen hoch abonnieren natürlich nicht vergessen wie immer und wenn er gepatcht wurde, seid mir nicht böse der hat noch geklappt es wird immer gepatcht, das ist normal und ansonsten sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal